starken kauftrang kann man den marktteilnehmern aktuell nicht wirklich unterstellen die märkte ja ein wenig im pausenmodus werden das ist schon ein paar mal angedeutet dass sich das abzeichnet dass das interesse der marktteilnehmer nachlässt man konnte das noch so ein bisschen drauf schieben ja feiertage in amerika aber auch danach sind die marktteilnehmer nicht wirklich zurückgekehrt naja sie sind es vielleicht schon aber nicht so sehr auf der käufer sondern so wie es aussieht eher auf der verkäuferseite wenn ich mir den dax angucke hier im 15 minuten chart man sieht dass die relativ starke bewegungsrichtung nach unten offensichtlich ist und das was wir hier haben eher eine gegenbewegung ist die wackelig ist selbst wenn er noch mal einmal höher käme wäre das korrektiv wenn er nicht noch mal höher kommt wenn er direkt runter fällt ist es dreiwellig also auch korrektiv also egal was er macht ich denke im moment ist die abwärtsseite die bessere die frage wird sein einmal mit mehr schwung noch mal von oben oder machen was von hier aus so richtig von hier aus gefällt es mir noch nicht weil die abwärtsbewegung wie wir hier haben sehr sehr korrektiv hier aussieht mit den vielen überschneidungen hier deshalb sehe ich so ein bisschen die hoffnung dass wir noch mal einmal hier in diese richtung vorstoßen irgendwie sowas in der richtung und anschließend erst nach unten da würde ich mich aber nicht drauf verlassen eins von den beiden scheint mir aber sehr realistisch egal also ob mit oder ohne umweg aus meiner sicht tiefere kurse wären sehr typisch als grobe idee erst mal das was wir vorne haben da hinten noch mal also dann sind wir ungefähr hier 14 22 das ist aber nur eine ganz große also 14.220 so muss ich es richtig sagen das ist aber nur eine ganz grobe abschätzung oder überschlag wenn ich hier das vorne und hinten so in etwa gleich setze was nicht sehr untypisch ist wenn ich im großen gucke wir hatten diese linien ja schon häufiger angesprochen 14.200 ist ja generell hier ein interessantes niveau weil es diesen vorherigen rücksetzern von der größe durchaus entspricht außerdem noch mal so ein kleines zwischentief ist das heißt nicht dass dieser bereich magnetisch ist die markteilnehmer zwingend den markt darunter prügeln werden das ist nicht gesagt aber es wäre überhaupt nicht verwunderlich und dementsprechend ein szenario was man im hinterkopf haben sollte das nächste szenario wäre dass wir sogar noch tiefer gehen 14.000 durchstoßen von oben nach unten 13.900 irgendwie sowas in der richtung das zwischenhoch aus dem august noch mal erreichen das wäre mein mein wunsch szenario und zwar nicht weil ich dem markt was schlechtes will sondern weil es eigentlich in das bild gut reinpassen würde dass wir wieder mal so eine große korrektur hier bekommen und dann hätten wir die realistische chance dass wir von dort ausgehen vielleicht sogar tatsächlich dann die endlich die jahresend rallye die jetzt ja im moment zumindest mal unterbrochen scheint noch mal aufnehmen können das wäre eigentlich so ein schönes szenario wenn das ganze mustergültig läuft jetzt wissen wir dass der markt nicht immer mustergültig unterwegs ist es bietet uns aber zumindest mal eine orientierung mit dem mit mit was wir so ungefähr rechnen können oder sollten deshalb finde ich das eigentlich ganz schick also positiv bin ich im moment nicht wirklich gestimmt dafür ist mir das was ich hier nach oben sehe einfach zu doof und das gleiche gilt übrigens für amerika dort sehen wir ebenfalls dass wir ja nachdem wir hier überschossen hatten das haben wir gestern schon mal besprochen ja abwärts unterwegs sind die starken flanken alle nach unten die wackeligen nach oben also wir sehen dass wir bis aktuell eigentlich sehr stark auf der abwärts seite eben unterwegs sind bitte nicht wundern wenn der markt noch mal eine gegenbewegung irgendwie macht aber letzten endes kann man sagen dass wir bewegungen dieser art was wir hier haben die sind alle überlappungsfrei also wenn ihr da nicht so sicher seid guckt immer wo war die die pause wo war die korrektur und dann seht ihr ja okay das ist wohl schon so und hier wird jetzt die frage sein für die profis unter euch wird das vielleicht eine seitwärts korrektur werden also was ich beim dax angedeutet habe vielleicht geht es ja dann vorläufig noch mal nach oben für ein paar stunden aber insgesamt halte ich dieses bild in der in der summe für das realistischste vielleicht sogar sofort vielleicht mit diesem umweg das klingt immer sehr doof ja vielleicht kann ich immer nicht nutzen für den handel wenn ihr euch überlegt ja welches passiert denn davon dann geht einfach eine zeitebene zum beispiel kleiner und guckt euch detail an was passiert wenn das szenario passieren sollte mit nach oben dann müssten wir relativ steil hoch gehen und korrektiv nach unten wenn wir allerdings wackelig hoch gehen dann solltet ihr nicht auf die kaufseite setzen sondern gucken dass ihr zwischentiefs als trigger für die abwärtsseite wieder nutzt das ist nicht dass das immer funktioniert bitte geht nicht davon aus mensch das ist ja easy der macht das schon beruflich und seit 30 jahren dann wird ja wohl wissen da kann mal nicht falsch liegen doch doch das ist ja nur eine grobe einschätzung wie man in der regel richtig liegt aber wir wissen dass es natürlich auch ausnahmen von der regel gibt also plant das bitte mit ein ich möchte nicht suggerieren wenn ihr das macht liegt ihr immer richtig aber ihr werdet statistisch gesehen vorteilhaft liegen wenn ihr euch daran orientiert das heißt was ich jetzt hier im moment sehe lässt mich noch nicht so sehr in diese richtung hoffen allerdings nehmen wir mal an der kurs läuft jetzt noch so macht noch mal eine pause so dann sind wir wieder 1 2 3 4 5 dann gibt es vielleicht eine pause und anschließend die fortsetzung ihr wisst was ich meine es ist ja nahezu immer das gleiche wenn ihr es nicht erkennen könnt und oder wenn er es nicht triggert dann nicht handeln ich habe das ganz häufig dass ich das zu doof finde um es zu handeln dass ich sage ja aber hier ist das so unübersichtlich ja sehe ich auch so also kein trade ja aber ist trotzdem gelaufen ja schade aber dann muss ich halt einen anderen markt mehr angucken wo das bild vielleicht schöner ist wenn das für mich unübersichtlich ist und ich es nicht auseinander halten kann dann lasse ich da die finger davon ist es aber übersichtlich dann versuche ich es dort eben auch entsprechend umzusetzen so hier also die erwartungshaltung dass wir noch mal runter gehen eine chance dass wir das über den umweg tun im moment habe ich aber eher den eindruck dass das wackelig wird aber das kann ich natürlich nur vorher ahnen aber ich kann es sobald es da ist erkennen ob das so aussieht oder ob das tatsächlich so aussieht und wenn ich das sehe warte ich die nächste korrektur ab um die fortsetzung zu handeln also es ist von der sicht aus gar nicht schwer wie gesagt ist es leider nicht immer ideal typisch zu erkennen wenn es aber gut zu erkennen ist dann habt ihr ganz guten ansatz wie ihr das ganze behandelt das beim nasdaq beziehungsweise erstmal beim s&p 500 auch nicht großartig anders deshalb müssen wir das gar nicht so sehr in die länge ziehen jetzt im video ihr seht dass auch hier die abwärtsseite relativ stark ist die aufwärtsseite sowieso einen schwung erstmal verloren hat wir haben hier sowieso die sehr kritische aufwärtsbewegung mit sehr vielen kursüberschneidungen die noch gar nicht so richtig einlädt zum kauf also s&p 500 und nasdaq werdet ihr gleich ähnlich sehen sind nicht die aspiranten die den bullenmarkt repräsentieren zumindest aus aktueller sicht nicht das beste was noch passieren könnte ist dass wir nur mit einer abc nach unten gehen der jetzt hier erstmal reinlädt und dann hätten wir hier die möglichkeit den longtrigger noch mal zu handeln aber wie gesagt dazu müsste er noch mal einmal runter kommen in einer abc manier und das ist ganz wichtig entsprechend das ganze hier auch auf der oberseite noch mal triggern nur dann wird es tatsächlich ein kauf aktuell ist es aber noch nicht zu sehen das heißt verkaufen spricht aus meiner sicht aktuell erst mal noch nichts so blicken wir abschließend auf den nasdaq ich habe es eben schon mal angedeutet das ist nicht großartig anders zumindest mal was das grobbild angeht allerdings eine schöne bewegungsänderung oder unterschied ist beim nasdaq das was ich hier sehe als abwärtsbewegung das sieht ja schon dreiwellig aus das hilft mir für den aktuellen augenblick auf die mehr oder weniger nicht allerdings wenn diese marke durchstoßen wird dann wird sicherlich auch diese fallen und es besteht die chance dass es sogar noch deutlich darüber hinausgeht also dass wir dann noch höher gehen vielleicht die trendlinie dann noch durchstoßen also das wäre ein durchaus positives zeichen allerdings im umkehrschluss bevor wir diese marke und wenn ihr die jetzt nicht genau erkennt wir können ja mal gucken wo die ist das sind so die hochs vom 24 november beim future kontrakt das müsst ihr gegebenenfalls übersetzen auf den marke den ihr handeln wollt ist das bei 11.936 aber ihr findet das zwischenhoch 24 november so in etwa das wäre ein zeichen für die long seite man muss natürlich nicht so lang warten oh gott rüdiger das sind 400 punkte soll ich wirklich so lang warten mit dem einstieg nicht notwendigerweise wenn ihr kürzerfristig unterwegs seid könnt ihr natürlich gucken ob wir hier irgendwo schon steil hoch gehen und wackelig runter machen wir doch mal ganz schnell den test es geht ja gerade hoch aber überlegt mal ist das eher so eine steile bewegung oder würdet ihr sagen das ist eine flache oder eine korrektive bewegung mit vielen gegenbewegungen die irgendwie überschneiden sind ja sehe ich auch so ich lege euch das mal in den mund aus meiner sicht ist das was ich hier bräuchte für einen frühen einstieg also sprich als allerersten baustein mal eine dynamische aufwärtsbewegung die haben wir aktuell noch nicht das heißt das was ich hier sehe ist noch nicht das zeichen um wirklich loszuschlagen ich würde also eher die abwärtsseite präferieren mit erwartungshaltung dass es noch mal ein bisschen nach unten geht das muss nicht mehr ewig dauern wir sind ja schon ein gutes stück runter aber wundern würde mich das nicht wir können noch mal abschließend vielleicht eine kleine fibo übung machen tiefste punkt höchste punkt dann sehen wir so ein bisschen die fibo marken und ich weiß dass viele mich immer fragen ja dreht der kurs dann immer exakt an so einer marke nee ihr seht zwar dass es hier häufig ziemlich gut läuft aber das ist natürlich nicht so dass das zwingend der fall ist so diese marke da sind wir jetzt auch schon durch die können wir theoretisch rausnehmen die nächste marke wäre die 50er marke bei 11.300 277 jetzt sind diese marken nicht magnetisch und viele interpretieren das völlig falsch und sagen ja wieso die charts richten sich doch nicht nach den marken nee die charts nicht die charts ist nur eine anzeige der preise aber die marktteilnehmer möglicherweise und einige machen das ganz bewusst weil sie diese linien kennen gerade institutionelle kennen die fibo marken und versuchen das wissen mit einspielen zu lassen in ihrer handelsentscheidung aber viele sachen funktionieren auch intuitiv dass marktteilnehmer sowas wie symmetrien beispielsweise zum beispiel diese erste abwärtsbewegung und diese hintere abwärtsbewegung sollten die ähnlich groß sein sollte das in etwa bis hierhin gehen dann wäre das 11.342 hier im chart da seht ihr die liegen relativ eng beieinander das heißt schon zwei unterschiedliche linien liegen ziemlich in der nähe und das lässt vermuten wohlgemerkt vermuten dass marktteilnehmer so diesen 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 bereich besonders interessant finden um zu gucken ob der markt dort wendet ich habe nochmal die extensions dazu gemacht die klastern jetzt nicht so sehr gut die ein bisschen höher ein bisschen tiefer grob gesprochen kann man auch sagen naja wir müssen es ja nicht auf eine marke vereinen aber irgendwo in diesem bereich rein wäre das eigentlich ganz schick für die abwärtsbewegung und nicht dass es ein automatismus ist hey da liegen linien da dreht der kurs das ist natürlich grober unfug aber in diesem umfeld werden viele marktteilnehmer überlegen bin ich mit short noch richtig sollte ich meine short position schließen shorts zu schließen bedeutet kaufen sprich wieder naja druck will ich nicht sagen aber zumindest mal bewegungs richtung in die andere richtung oder umgekehrt jetzt sind wir so tief runter sollte man nicht langsam über käufe nachdenken also ihr seht die motivation kann eine ganz unterschiedliche sein aber im umfeld dieser marke werden mehr und mehr marktteilnehmer oder dieses bereichs werden mehr und mehr marktteilnehmer erwägen ob sie wieder auf die kaufseite eben kommen deshalb ich bin kein großer freund davon zu sagen oh hier guck mal da liegen linien da kaufe ich jetzt einfach blind links das klingt mir ganz schön vage aber in diesem bereich kann ich dann gucken intensiv gucken und zwar zum beispiel eine zeitebene kleiner wenn ich diese möglichkeiten habe das könnte 15 minuten chart sein kann auch stunden chart sein oder vielleicht sogar fünf minuten chart ob ich bewegung nach oben eher korrektiv habe dann werde ich den teufel tun hier auf die longseite zu wechseln oder ob dann die bewegung relativ steil nach oben geht dann habe ich den ersten baustein zweiter baustein wäre korrektiv in die richtung und dann muss es noch getriggert werden und wenn das in diesem umfeld passiert sind die chancen relativ groß dass es nach oben geht noch haben wir also ein bisschen platz nach unten wenn ich mir angucke was die marktteilnehmer aktuell fabrizieren würde ich eher davon ausgehen dass die abwärtsseite nochmal geht das klingt sehr vage würdest du jetzt also traden wenn ich ehrlich bin nicht wenn man mich zwingen würde würde ich eher nach shorts suchen aber da wir hier ja schon lange unterwegs sind auch nicht mehr so viel potenzial nach unten haben bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so richtig auf der suche nach short trades sondern eher im verwalten also wer hier shorts hat der kann natürlich sagen ich versuche hier irgendwie die stops hinterher zu ziehen je nachdem wie eng man die wählt ist man da vielleicht auch gegebenenfalls schon raus hat er seinen gewinn schon realisiert auf der short seite oder man ist eben noch drin man kann es ja auch gegebenenfalls auf die zwischenhochs nachziehen da gibt es verschiedene varianten das hängt so ein bisschen von der zielerwartung ab vom einstieg ab was ein sinnvolles vorgehen da ist ich verwende sehr gerne eben diese trailing mechanismen hier weil die sehr einfach sind und man nicht groß nachdenken muss also sprich wenn man hier drin ist dann wäre man wahrscheinlich an der stelle schon raus und wenn man hier oben irgendwo sein short entry hatte ist die welt ja in ordnung gewesen hat man vielleicht nicht den absoluten tiefpunkt erwischt aber immerhin ein gutes stück der bewegung mal mitgenommen so ihr seht traden ist nie und nimmer optimal es gibt immer unter oder sub optimalitäten na was für ein wort trotz alledem gilt es darum diese diese situation so gut es geht zu nutzen im sinne der typischen bewegung die habe ich euch jetzt mal vorgeschlagen ich hoffe dass ihr damit ein bisschen schon was anfangen könnt aktuell neuen trade würde ich da jetzt nicht platzieren allerdings in vorbereitung gehen was in dieser zone hier so langsam aber sicher passieren wird behalten wir es also mal im auge vielleicht findet ihr selber was ansonsten freuen wir uns auf den nächsten beitrag in diese richtung euch alles gute und liebe grüße